Yo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem erneut dem Stummelgeist Video. Ich möchte das Intro besonders kurz halten, denn heute gibt es ein besonderes Video, nämlich 20 Arten von Stummelgeist Spielern. Es ist ultra nice geworden. Lasst euch hier sehr, sehr gerne 10.000 Likes da. Würde mich unheimlich freuen. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Checkt auch diesen komischen Typen da drüben ab. Irgendwie Patrick oder so heißen. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß, Leute. Let's go. 20 Arten von Stummelgeist Spielern. Die kleinen Kinder. Yo, Mann, ich spiele einfach Stummelgeist, Mann. Stummelgeist. Einfach Timmy und Stummelgeist. Lass mal hier hochspringen. Oh, cool. Ich habe Spaß. Oh, die sind schon voll groß. Guck mal, mein Skin. Ich habe einfach eine Basecap. Und ich habe heute schon, Achtung, Jimmy, hör zu. Ich habe heute schon, Jimmy, ich habe heute schon erwachsenen Cola getrunken. Ey, du bist voll doof. Okay, du auch. Die, die immer reinpayen. So, Patrick, lass mal was weinem Shop ist, ja? Na, ich gucke auch gerade auf meine Uhr. Ah, ist, glaube ich, immer wieder ein bisschen Zeitgeld auszugeben, oder? Ja, boah, bei mir ist so ein Anubis, ja, kaufen wir direkt hier natürlich für 1.000 Champs. 1.000 Champs? Kenn ich hier gar nichts. Digga, ich habe fast hier umsonst. Ja, ey, mein, mein ihr das ernst? Nur 1.000 Champs? Guck mal, für 400 Champs gibt es hier einen Pinocchio-Skin. Alter, was? Also, da können sie es auch gleich vor früh reinmachen, so vom Ding, ne? Ehrlich, ehrlich, ne? Denkst du, die meinten nicht 10.000 bei Anubis, oder? Ich mache nochmal 10 Spins jetzt hier. Ich habe zwar schon alle Spins, äh, alle Skins, aber einfach so, einfach so halt zum Spin halt einfach, ne? Hier. Ja, ich kaufe hier gerade, aber Digga, ey, krass. Wie, wie, keine Ahnung, denken die, wie so ein Arm oder so? Ich weiß es auch nicht. Ich kaufe jetzt auf jeden Fall alles durch hier. Zack, da ist der nächste Skin, Junge. Wie gesagt, weil es das Gefühl umsonst war, spinne ich hier nochmal zweimal, ne? Ja, also, ich habe mir ja auch jetzt gerade 10 Spins hier geholt, auf ganz entspannt. Also, ich bin jetzt hier auch die 1, bin nach dem anderen hier. Zack, hier, schau mal, ein Fubskin. So, was kommt hier als nächstes? Auf ganz entspannt, was haben wir hier? Ja, epischer. Ja, komm, scheiß drauf hier. Entspannt, ey, ganz entspannt. Die Noobs. Lavaland, was ist das denn? Was ist das denn für eine krasse Mä? Hier ist einfach überall Lava. Alter, wie krass ist das denn, Mann? Wie geil. Oh, guck mal, wir sind voll gut. Schau mal, ich heiße einfach, bin kein Noob, weil ich bin ja beste Spieler. Ich bin ein Pro. Wo müssen wir eigentlich lang? Boah, warte mal. Lass mal, da hinten ist ein Fisch. Boah. Warte mal, ich fange den. Ich fange den, ich fange den. Warte, 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 warte. Okay, komm, warte rein. Wenn der nochmal springt. Da drüben, jetzt, da drüben, da drüben. Guck mal, da hinten. Hey. Hä? Du hast ihn gefunden. Die Runde ist vorbei, weil du ihn gefunden hast. Lol. Wir haben ihn gefunden. Wir haben das Spiel gewaschiet hier. Wir haben ihn gefunden, den Hai. Geil, Mann. Let's go. Den essen wir jetzt auf. Der Hacker. Jo, ey. Was machen wir heute? Wir hacken heute richtig rein, habe ich gehört, oder? Ja, komm, lass mal ins Ziel rein. Let's go. Ey, das ist voll easy. Vor allem, guck mal, alle anderen, die müssen immer hier so richtig lang so rumlaufen und hier so. Und wir, guck mal, wir fliegen hier einfach ins Ziel rein. Wie geil ist das denn wirklich? Wie geil ist das denn einfach, ne? Ich baue mir die Map ein bisschen von oben an, würde ich sagen, ne? So ein Ding ist das. Ich baue mir die Map ein bisschen von unten an. Alter, geil sieht sie aus, ne? Ich würde sagen, ich fliege jetzt mal ins Ziel rein gleich, ne? So, Achtung. Und zack. Alter, I believe I can fly. Let's go. I believe I can touch this guy. Also wirklich, jeder, der keinen bunten Namen hat, soll sich einfach löschen gehen, wirklich. Ja, dich krimsch. Also wirklich, das geht gar nicht. Eat Tryhards. So, ich habe gehört, heute, wir brechen den neuen Weltrekord hier, ne? Im Blockdash. Irgendwie 20 Minuten ist ja gar nichts, ne? Blind aber, oder? Blind, oder? Ja, ich weiß auch nicht, wie die darauf kommt. Wände ausweichen, ne? Unangenehm, unangenehm, zack. Unangenehm, zack. Oh, let's go. So, auch hier ganz easy. Das ist gar kein Problem für die Profis hier, Digga. Also wirklich schon cringe, wer allzutage hier keine Tricks macht oder so, ne? Also wirklich. Ja, ehrlich, auch unangenehm, ne? Auch hier direkt hier. Wer hier mittlerweile noch mal durchläuft, ist auch cringe. Eigentlich muss man so den hier machen, so, gell? Ja, auf jeden Fall. Und dann von dem hier direkt hoch, so zack. Wer das nicht macht, echt schlecht. Ich bin jetzt meiner Meinung nach auch im Tryhard-Team. Ich hab da gestern gesigned. Ich bin jetzt so in einem E-Sport-Team. Ja, ja. Und wir haben da auch so Irrnings und so richtig krass. Es ist wirklich geisteskrank. Ach, geil. Der immer heimlich zockt. Alter, ich sag dir ehrlich. Wir müssen uns jetzt hier echt ein bisschen anstrengen. Digga, Junge. Scheiße, warte. Du bist gestorben. Warte, warte, scheiße. Nicht reingarten, schau mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist krass. Oh mein Gott, ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ihr schreit doch nicht so, Mann. Komm, 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 komm. Der, der kein Geld ausgeben darf. Boah, ey, Patrick, ich sag dir ehrlich. Ich brauch wieder mal ein paar neue Champs, so, ne? Boah. Ich auch. Ey, könnte ich mir wenigstens für zwei Euro das so kaufen, aber ich darf, meine Eltern erlauben mir das halt nicht. Ich muss schon wieder am kostenlosen Glücksrad drehen und ich kann's nicht mehr. Boah, ich kann, ich kann, ich kann dreimal drehen. Geht einfach nicht, ich kann mir nicht die Sache für neul Euro kaufen. Ey, ich, ey, ich brauch jetzt nicht Skid, bitte. Ich will doch nur eins Skid. Bitte, bitte. Bitte, ich will dich schon wieder armen, man. Ich will schon wieder. Ey, ich wäre jetzt damit zugekommen. Immerhin einen mehr als ich habe. Komm, mein letzter Spin. Bitte ein Skin jetzt. Ich darf kein Geld ausgeben. Ich brauch jetzt ein Skin. Bitte, 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 bitte ein Skin. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ja, 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 ja. Ja. Du hast einen gewöhnlichen Skin. Ja. Let's go. Oh mein Gott, so viel. Ey, kannst du mir den schenken? Ich will auch so einen gewöhnlichen Skin haben. Ich hab nur, ich hab nur Stumblegirl. Der Opa. Du, Heinrich, wollen wir wieder mal eine Runde Stumblegeist spielen? Ach, Stumblegeist. Ey, das waren immer Zeiten. So, so, weißt du damals noch. Am Gameboy und so. War das Zeiten. Boah. Schau mal, was ich für einen coolen Skin mir gekauft habe. Der schaut aus, so wie ich, Mann. Oh, Harald, ey, du warst schon immer so ein Schlingel. Ich war schon immer so ein Schlingel. Aber guck mal, was ich habe. Ha, ha, das ist doch Wahnsinn, ne? Du warst damals schon ein kleiner Verbrecher, ich weiß noch, ne? Damals, da gabst du einen Skin. Einen Skin gabst damals nur ein Stumblegeist, ey. Das ist wirklich unpassbar, ey. Ich hab hier gerade noch ein Andenken. Gehst du noch den Günther, den hier? Schau mal. Oh. Der Günther. Hör mir auf, ey. Hör mir auf, der Günther, du. Hör mir auf, ey, wirklich. Ey, gib ich denn noch hier die Brigitte? Die Brigitte, boah, die muss auch noch irgendwo sein. Die Brigitte müsste hier doch sein, oder? Ihr habt sie gefunden, da ist sie. Oh nein, Vicky, ey, die war wirklich der Hammer, ne? Weil ich noch damals war. Da wird doch der Hund in der Pfanne würgt, ey. Wirklich, also manchmal, da kann man die Kirsche im Dorf lassen, ne? Der, der immer ragt. Was ist das denn schon wieder? Einfach Bockwisch. Nein, Mann, let's go! What? Hey, die Map ist voll scheiße. Was ist los mit dir, Digga? Reiner, 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 reiner. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Die treffen mich eh nicht, die treffen mich eh nicht. Oh, die Map ist voll scheiße. Die werden mich nicht treffen. Die werden mich nicht treffen. Digga. Oh mein Gott, wenn er mich trifft, wenn du mich trifft. Komm, 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 komm. Wenn er mich trifft, dann ist einfach... Du, du, du! Junge, nein, nein, Mann! Der Abfucker. Boah, schau mal, endlich eine neue Runde Stumble, guys. Laser Tracer, aber hier ohne Special Emotes und so, okay? Ohne Special Emotes, ja klar. Ja, genau. Ey, das war aus Versehen, Junge. Chill mal ein bisschen. Ah, okay, alles gut, alles gut. Alles entspannt, das kann passieren, weißt du? Ey, Junge, was ist das denn? Hä? Schon wieder aus Versehen oder was? Ja, hä? Manchmal passiert das einfach. Hauf damit, hör auf, nein, hör auf! Hey, Junge! Was ist los mit dir? Da war ein Leben weniger, du hast nur drei. Ups! Nein, 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 nein. Du bist schlecht. Weißt du was? Was? Ich spring einfach selbst runter. Ha, 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 ha. Ah, mich kriegst du nie, mich kriegst du nie. Nächster. Ha, 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 ich bin wieder selbst runtergesprungen. Ich kriegst du nicht, ich kriegst du nicht. Ja, ja. Willst du dir was zeigen? Ich will es zeigen. Pass mal auf. Was denn? Aha, auf plate. Aha, aha, pass mal auf jetzt. Bist du ready? Bist du ready? Ach, auf, auf. Bleib mal stehen, pass mal auf jetzt. Ja, ja. Junge! Junge, du tustest auf plate. Du bist schlecht, du bist schlecht. Ey, ey, ey. Du bist schlecht, aha, ha, ha. Hör auf damit, hör auf damit. Der, der immer zu spät kommt. Junge, wo bleibt der denn? Ich warte doch schon locker 15 Minuten. Der meinte, der ist genau Punkt 1 Uhr morgens da. Ich verstehe das nicht. Hä? Wo ist der? WhatsApp geht da auch nicht dran? Ne, ist doch echt wieder bescheuert. Ey, wo ist der Junge denn? Oh, was geht Patrick? Ey, tut mir leid, ist ein bisschen später geworden. Wo bist du denn gewesen? Ich warte mir schon seit einer Stunde. Ja, wir wollten uns seit, wir wollten uns ein Uhr treffen. Ist jetzt schon 3.30 Uhr. Ey, kann mal passieren so. Aber ich bin jetzt da so. Also, wenn du willst, wir können jetzt gerne noch ein bisschen zocken. Ey, ich wollte jetzt da gehen, Junge. Es ist 1 Uhr morgens. Mir fällt gerade noch ein, Bruder. Boah, ich wollte eigentlich auch noch ins Gym. Ja, Bruder, lass einfach morgen machen. 1 Uhr morgens, Junge. Was laberst du, Mann? Lass einfach morgen machen, okay? Was laberst du? Ja, Bro, ich wollte jetzt noch ins Gym, tut mir echt leid. 1 Uhr morgens, ich gehst noch ein bisschen ins Gym, Mann. Und dann, ja? Ach, Junge, nein. Hallo? Digga. Der Reiche. Boah, ey, ich sag dir ehrlich, schau mal. Ich hab mir extra einen Skin für mich anfertigen lassen, Partei. Ich hab ihn einfach vergolden lassen. Das ist einfach, der heißt einfach Golden Lumex. Das ist voll der krasse Skin. Tatsächlich, ich hab auch gerade hier noch einige Champs am Start. Aber das sind mir echt ein paar zu viele. Ich hab noch 6.000 Stumble Toggens. Ich glaub, ich mach hier einfach immer so 10er Spins und skipp die einfach immer mit Escape. Also, ich will die Spins eigentlich gar nicht sehen. Hauptsache, die Stumble Toggens gehen ein bisschen weg hier, ne? Einfach ein bisschen spinnen hier. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Zack. Einfach ein bisschen durchspinnen halt so, ne? Ich muss sagen, ich war euch auch ein bisschen schlecht, weil ich hier gerade durch meine Spezial Skins klicke, ne? Ja, boah, tatsächlich. Und das ist so lauter Sound hier, ne? Ich hab tatsächlich hier auch alle Spezial Skins. Also, ich hab hier so viele Skins, boah. Aber ich muss fast wieder ein bisschen aussitieren. So ein paar Skins sind echt hässlich. Die könnten wir eigentlich einfach auch einfach in die Tonne werfen. Ey, Lumex, ganz ehrlich. Alles schön mit deinen Spezial Skins und so. Aber ich hab mir einen eigenen Shop programmieren lassen von Stumblegeist, ne? Boah, das ist nice. Das hatte ich auch noch vor, auf jeden Fall. Schau's dir doch mal an. Hier zum Beispiel ein paar legendäre Skins, wenn ich mal möchte, ne? Oh, 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 aber stark. Hier kann ich mal ein paar Spezial Skins, ne? Ja. Und guck dir mal an. Boah, 61.000 Stumble Token. Das ist ja voll cringe. Oh mein Gott. Also, eigentlich mindestens sechsstellig soll es schon sein, ne? Wir würden eigentlich mindestens 100.000 haben, so, ne? Ja, wirklich. Ja, ein bisschen. Dicker, wollen die denken, ich bin arm, oder was ist denn das Problem eigentlich, ne? Also, ich weiß auch nicht, was da... Komm, ja, jetzt... Also, 100.000 ist schon zum Minimum, so, ne? Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Der, der immer am Essen ist. So, es geht los. Komm, komm, ey, Lumex. Ähm. Hallo. Ja, aber, Bruder, ich will noch mal essen, Bruder, warte mal. Junge, es hat angefangen. Wir können... Du kannst nicht schon wieder essen, Mann. Halt, Bruder. Lass mich doch mal essen, Bruder, hallo. Digga. Hm. Du kannst doch nicht immer essen. Ich hab noch Kaugummi, willst du auch Kaugummi? Warte mal. Nein. Ich hab hier noch... Jetzt komm, ey, Digga. Dann geh schon mal vor, ich geh schon mal vor. Lumex, jetzt komm doch. Also, du bist immer am Essen. Diese Melonen sind richtig krass. Junge. Ja, ich komm noch schon, warte mal. Ich geh schon ein bisschen nach vorne. So, warte mal. Ich glaub, ich paul noch... Alter, du bist zwei Meter gelaufen. Ich muss mir kurz mal neue Bringers tun. Warte mal. Ich paul noch kurz mal neue Bringers. Warte mal. Also, der ist wirklich los, ne? Der ist wirklich los. Ich schmeiß den jetzt einfach mal runter von der Klippe. So, wartet. Zack. Boah, ich glaub, ich geh mir noch einen Döner holen, ja? Bin immer kurz weg, ja? Nein, du holst dir keinen Döner. Oh, wohl, komm. Mach, mach. Tschüss, Bruder. Alright. Ciao. Ciao. Die Süchtigen. So, ich starte in der Zwischenzeit schon mal hier auf meinem Handy eine Runde, ne? Wenn der Loading Screen noch läuft. Ja, ja. Ich muss auch grad mal schauen hier. Ich bin grad noch in der Clash Royale-Runde. Ehrlich? Ja, ja. Ich hab hier grad noch, äh, der Gegner hat noch einen einzigen Tower grad tatsächlich noch übrig, der Main Tower. Okay, ja. Boah, ist da, mein Gott, geht schon los? Oh, jetzt geht hier schon die Runde los. Digga, ich bin auch so im Handy auf dem Game. Ich muss kurz noch auf meinem Zweiten-Handy, muss ich auch noch kurz, warte mal. Warte mal, da hab ich auch grad noch, äh, ne, ne, sag schon, äh, Candy Crush auf. Warte mal. Scheiße. Oh, Digga, ich will auch noch nebenbei Teil vor. Ja. Wie soll ich das denn hinbekommen? Schaut mich das an, Leute. Wie soll das gehen? Warte mal, ich muss ganz kurz schauen. Mein Gegner, was macht mein Gegner denn bei Clash Royale gerade? Warte mal. Wo ist denn der Weg, Alter? Wo ist denn der Weg, Alter? Wo ist denn der Weg, Alter? Wo ist denn der Weg? 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 Okay, Candy Crush muss ich auch noch. Okay, warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen hier. Ähm, ich glaube, ich geh jetzt hier gleich in die nächste Runde Clash Royale rein. So. Okay, perfekt. Wo bist du grad noch dabei? Was machst du so, Patrick? Ich bin jetzt grad wieder am PC. Am Handy bin ich raus. Ja, okay, okay. Ich schau grad noch. Ja, ich glaub, ich geh auch raus aus Honey Drop jetzt. Ich glaub, ich mach hier weiter meine Clash Royale-Runde. So. Okay. Der Troller. Schau, wir sind in der neuen Runde Teil voll. Äh, Bruder, aber weißt, das ist so einfach. Aber lass fair machen, lass fair machen, ne? Fair machen? Ja. Ja, du machst den nächsten Schritt. Komm, du machst den nächsten Schritt. Äh, ja, ich mach mal die nächsten Schritte. Ich blieb jetzt mal. Der nächste ist da drüben, glaub ich. Ja, und das ist richtig. Ey, Digga, warum weißt du das? Äh, ich, komm mal her, ich zeig dir. Und zwar, komm mal her, hier drüben zum Beispiel. Da gibt's so einen Trick, komm mal her. Ja, ja. Ich hab mich gedrollt. Junge, Junge. Was ist das denn? Schau mal, ich lauf jetzt hier in den Ziel rein. Schau mal. Irgendwo weißt du das denn? Du, also, du triffst nicht nur die richtigen Planten. Das kann gar nicht sein. Nein, 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 Junge. Aus der anderen. Tschüss. Nein, ey, warum? Ja, guck mal, ich kann ja auf dich warten. Und ich kann dir sogar noch einen geheimen Trick zeigen. Und zwar, ich kann jetzt einfach zaubern. Und zwar, die da drüben, die kann man nämlich auch benutzen, die zwei hier. Ja, ja, ja. Was? Ja. Wie weißt du das denn alles? Junge, ey, nein, nicht schon wieder. Der immer zeitig schlafen gehen muss. Boah, ich weiß nicht, Patrick. Schaffen wir die Runde jetzt noch? Ich muss eigentlich gleich schlafen gehen. Ich hab nur noch zwei Minuten, ne? Also, eigentlich muss ich eigentlich, eigentlich ist, hab ich 18 Uhr Bettruhe, gell? Ehrlich? Ja, ja, 18 Uhr. Ist bei dir, du musst da auch relativ zeitig, glaub ich sogar, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Langsam muss ich schlafen gehen. Boah, ich weiß nicht, ey. Boah, ich bin eigentlich auch schon echt müde. Boah, ich sag dir, ehrlich? Ich glaub... Ich will gleich echt spüren, Bruder. Oh, ich steh. Oh, ey, ey, hallo, wie ist er noch in der Runde? Patrick. Hallo? Der, der immer Englisch redet. So, Patrick, uh, what do you think? What is our next map, bro? I think we are going to play Super Slide. Oh, no! No, ever and under! What the fuck, bro? Oh, no, I hate this map, man. Oh, this map is so fucking asshole. Oh, my gosh. Bro, look at my skin, bro. I have the, uh, warm skeleton. It's, uh, it's a pretty good skin. Bro, look at my name. Yo, show me your name, bro. Can you see my name? Yo, no, you're too far from me, bro. What? The Germanese means not the yellow from the egg. Ah, okay, I understand. Okay, I understand. My English is not very good. Yo, bro, but, uh, um, the bestest, uh, but you have to learn a new English vocabularies and then we can, uh, understand us, uh, better, you understand? I will improve my English skills and then we can play again because I don't understand you, man. Yo, okay, okay, I understand. So now we go, uh, we go upstairs, uh, on this, uh, little pressure plates and, uh, I'm going to reach this, uh, the, the, uh, finish. Oh, man. Boom and stingings and... The rock's over. Yo, uh, I have, uh, won the game. Very good. Der, der immer stirbt. Ey, Bruder, wir müssen uns jetzt echt beeilen. Ich will hier noch einen Rekord aufstellen. Ja, komm, let's go, let's go, let's go. Okay, warte, achte. Komm, ich schaff's wieder rüber. Ich schaff das. Oh, mein Gott. Hey, Mann! Oh, warte, oh, mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, warte. Du bist da durchgekommen. Ey, ey, ey. Oh, mein Gott. Junge, hallo. Reicht doch. Ey, ey, ey. Ich werd die ganze Zeit... Junge, ich werd die ganze Zeit... Ich schaff's jetzt, ich schaff's jetzt. Junge, nein. Ach, Mann, ich bin da runtergeflogen. Ich schaff's jetzt auch gleich. Warte, warte, jetzt, jetzt, jetzt. Junge, ich raff's gleich aus, wirklich nicht. Mann, Alter, was ist das denn? Jetzt, komm, jetzt, komm, 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 komm. Digga, digga, digga. Mann, ich schaff's nicht. Nein, ich bin da runtergefallen, Mann! Ich schaff's nicht, wirklich. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich kann nicht sagen, das ist auch so schwierig. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, Mann! Boah, ich schaff's wirklich nicht. Ich fall die ganze Zeit runter. Warum ist diese Web so schwierig? Ich kann das nicht mehr. Bro, ich fall die ganze Zeit runter. Jetzt, 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 jetzt. Mann, ich war schon in-game, Alter. Mann, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Komm, 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 komm. Ich hab's geschafft. Ich... Nein! Ich schaff's wieder runtergefallen. Komm schon, komm schon. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, 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 komm, schluss, komm, schluss Jo, ich hab's, ich hab's nicht Komm, ich spring jetzt einfach runter, ich spring jetzt runter, ich spring runter Nein, ich hab keinen Bock mehr Ich hab keinen Bock mehr, wir gehen raus, reicht Ich hab keinen Bock mehr, wirklich, reicht Ich auch nicht Er Hater Jetzt mal ganz kurz, Patsik, was zocken wir hier eigentlich gerade? Ey, ich hab keine Ahnung Hey, warte mal Hast du nicht gesagt, das Spiel soll gut sein oder so? Ja, da hab ich auch gedacht, dieser Lumex und so, die machen immer voll die vielen Videos darüber Aber ich seh das grad so Ja, aber, Digga, voll schlecht, ey Digga, das sieht, guck mal, die Lobby sieht einfach aus wie Brawl Stars Irgendwie mit einer Mischung so aus Fall Guys Man kann hier einfach, man kann hier einfach Sachen kaufen, also wirklich einfach pay to win Ich mach mal eine ganz, ganz kurze andere Sache Wo sind denn hier Clans? Kann ich hier keine eigene Maps machen? Ja, ich, wirklich, also warte mal Gibt's auch so Skins und sowas, schau mal Zu Emotes, es ist einfach, guck mal, hier gibt's so Kick Emotes Das ist einfach voll, das ist auch so umarmen Ey, geh mal zu Bro, jetzt komm, pass mal auf Man muss in dem Spiel, also in Vollgeist kann man ja auch so umarmen In dem Spiel muss man dafür einfach Geld ausgeben, so zum Umarmen Ist doch ein Scherz, oder ist doch ein Scherz? Ich glaub, ich löchte es gleich wieder Hier gibt's, Digga, guck mal, hier kostet So ein Pack kostet hier 50 Euro Einfach 50 Euro Ja, wahrscheinlich, kauf Digga, die haben, die haben gerade mal 17 Sprachen Hä? Das ist einfach, das ist einfach, das Digga, wie nennt man das? Das ist Sprachenshaming, mal ehrlich jetzt Was für die ganzen anderen Sprachen? Traurig Also wirklich, also sowas spiel ich hier wirklich nicht Also wir haben im Jahre 2022 nur 17 Sprachen Und bar, Junge, wirklich Wenn ich nichts mehr zu tun haben, wirklich nicht Wirklich, einfach löschen, einfach löschen Die Allmänner Na Peter, was spielen wir denn hier? Grüß dich Easy Heights Boah, also hier muss echt mal wieder ein bisschen Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen hier Schnee geschoben werden Guck mal, wie das rutscht Ich leg mich hier gleich echt auf Nicht, dass sich hier jemand lang legt, ne? Wirklich Da wird auch der Hund in der Pfanne verrückt Also ich sag dir ehrlich Hier musst du einfach mal ein bisschen salzen, du Also wirklich Ja, ja, ja Guck mal, ich rutsche hier wirklich schon fast aus Das geht wirklich nicht Du weißt, was eigentlich sollte die Renate kommen Und hier ein Straftat hinterlassen, ne? Also ich glaube sogar Das ist auch gar nicht, äh, gemäß hier Das ist diese Stopp Die Neigung hier ist, glaube ich, viel zu stark Und hier ist nicht genug Abstand zu diesem Bolzen hier Ey, guck mal, besonders, wo ist das Schild? Hier müsste doch so ein Schild Ein 30er Schild wahrscheinlich, ne? Hier ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung sehe ich gerade Und schau mal Oben die Kanonen sind auch nicht gesichert Guck mal, eigentlich müssen die ja gesichert sein Guck mal, die Bälle Die rollen einfach frei der Wedelang da Das kannst du dir nicht ausdenken Wirklich Unfassbar Guck mal, das Ich glaube, es geht los hier Also wirklich Das gibt ein Donnerwetter Guck mal hier, guck mal Wer rennt da? Guck dir das an Da verletzt dich doch noch jemand hier Also wirklich jetzt mal Oh Gott Oh Gott Das geht hier wirklich nicht Ein nach dem anderen Krankenwagen anfangen sie Ungesichert, guck dir das an Ungesichert Man kann hier einfach runterfallen Hey Gustav, Gustav Geht's dir gut, Gustav Nein, Gustav Bist du runtergefahren, Gustav Alles gut bei dir Ich hab mir alle meine Knochen gebrochen, mein Junge Ich mach mir Sorgen, Junge Ich ist alles okay mit dir Wirklich Rest in peace, Bruder Nein, Gustav, Mann Das ging wirklich nach hinten los Also wirklich Voll Katastrophe Ich darfst du wieder nicht zocken, das zwei Wochenverbot war das letzte Mal Nein, nein, das war mein Vater Ich höre es an Halt dich So, ja, das höre ich Ach, bei deiner Mutter war es drei Wochen, ne? Warte 3, 2, 1 Hälst du bitte Google Play Und Google, ich hab mit U geschrieben Jogi, wirklich Das ist komplett Hallo? Jäger Hoho, ich bin da Hoho Helicopter, Helicopter